So, willkommen zurück zu meinem Let's Play The Binding of Isaac Rebirth mit dem DLC Afterbirth. Und wir sind immer noch auf der Playstation 4 Version und haben Madeline und Samsung freigeschaltet. Und ich werde gleich mal Madeline nehmen. Yeah! La la la, la 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 la. Also, eins kann ich euch versprechen, sie wird jetzt die meiste Person sein, die ich spielen werde. Triple Short, geil! Samson ist zwar auch cool, aber Madeline hat einfach dieses Herz, womit man sich heilen kann. Yay! Also, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in dem rankommen bis zum Maddas Herz. Na, komm! So, komm schon, komm schon, komm schon! Jetzt brauche ich eine Bombe! Ich habe keine. Jetzt würde ich wieder eine Bombe brauchen. So, dann holen wir uns doch gleich mal das Herz hier. Dann geht's auf zum Boss. Welcher Boss ist es denn? Lowie Junior! Na, 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 na. All starts up! Das ist ja geil! Sind es auch mal stärker upgedatet? Ja! Sogar doppelt sogar! Wow! Also, das ist ja geil. Das gefällt mir! Und ab ins Loch! Jetzt zieht ihr natürlich, dass es die Map länger ist, weil wir jetzt halt Mami zum ersten Mal besiegt haben. Yeah! Jetzt geht es darum, ihr Herz zu töten. Eine Münze? Okay. Ich bräuchte mal was Interessanteres wie eine Münze. Also, nämlich einen Schlüssel. Der da unten liegt. Ich muss sogar holen kann. Cool! Ups! Das war jetzt wieder mein Fehler. So. Na? Einen Sack. Mit Bomben und einer Karte. Der Tempferenz. Äh. Golden Touch! So. Ist da was drin? Nein. Okay. Ah. Dann gehen wir hier weit runter. Okay. So. Noch ein Herz für uns. Hm. Boah, sind hier viele... Oh, ey, Wahnsinn! Ich bin zu viele Zombies. Wahnsinn! Wahnsinn! So, hier können wir euch nochmal Bomben. Ah, jetzt brauche ich noch einen Schlüssel dafür. Na toll, ey. Ich könnte noch irgendwo in einem Raum einen Schlüssel kriegen. Moment. Die könnte ich ja nicht auch zerbomben haben. Ich habe keine Bombe mehr. Ich habe keine Bombe-Bombe-Bombe-Bombe mehr. Das ist ärgerlich. Gut. Dann bleibt die Kiste halt unentdeckt dann halt eben nicht. Au, au, au. Das war dumm. Little Horn. Magdalene für uns. Little Horn. Na, komm. Na, na, na. Range up. Na, was hast du für mich? Na? Magst du mir nichts geben? Okay, dann lassen wir es. So. Und alle Sachen noch einsammeln, die noch sonst wo rumfliegen. Haben wir noch irgendwas offen? Ne, haben wir eigentlich nicht. Gut, dann... Warte mal, was ist denn da noch? Ist das noch irgendwo eine Münze oder sowas? Ne, eine Truhe. Die ich nicht öffnen kann, weil ich keinen Schlüssel habe. So, dann rein da und rein ins Loch. Ab in die nächste Welt. So, wie viel Stecker habe ich denn jetzt? Wuuuuh, so. So. Oh. Ja. Hm, ne Bombe wär nicht schlecht. Wow. Na, na, na. Au. Hm, hm, hm. Wo lang? Geh mir nochmal am besten da rein. Hä? Okay, von mir aus. So, du wirst wieder auch sterben. Danke. Ein Schlüssel. Yay. So, ihr geht's bitte auch sonst woher sterben. Bitte. Danke. So, jetzt möchte ich da rein. Was ist da drin? It's a mystery. Oh nein, das ist... Jetzt mal müsste wie... Kann manchmal gut sein, manchmal schlecht. Ich weiß nicht, ich mag's nicht. Da hab ich lieber mein Jum-Jum-Herz. An die Schlüssel komm ich nicht ran. Jetzt mal die Frage, was bombe ich jetzt auf? Komm, wir bomben das auf. Bombs-Arkiv. Genau. Boah, was macht denn nochmal der Tower? Au. Was macht denn nochmal der Tower? Ah, macht die Sachen hier auf. Dass wir das nicht aufgebombt haben. So, was ist... Hier haben wir auch noch ein Herz. Okay. The Moon. Jetzt setzen wir gleich mal einen. So, jetzt haben wir 29 Münzen. Schaut, dass ich jetzt 55 Münzen in den heransammle, wegen dem einem Typen noch. So, ein Schlüssel, den brauche ich für die nächste Etage immer wieder. Ich habe noch eine Münze. Nee, danke. Da sanne ich jetzt die nicht ein, ganz im Ernst. Irgendwo hört's auf. Ist noch ein Itemraum. Will ich aber nicht reinschauen. Oh, peste Linze. Ach nein. Ey, ich mag dich nicht. Genau deswegen weiß ich. Oh nein, hat's aber auch damit. Oh nein, das ist auch so ein Mist. Na gut. Ab ins nächste Level. Dün, 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 dün. Komm, stecken wir mal den Automaten da rein. Moment. So, da bin ich wieder. Okay. So, wie viel passt jetzt da noch rein, bitte? Natürlich will ich den zuerst voll kriegen. Das wird nix mit meinen 55 Münzen hier. Jetzt ist er voll. So. Nein. 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 Die hebe ich nicht auf. Aber sobald man die aufhebt, kann man nichts anderes mehr aufheben. Na komm. Warum sind die so schnell, ey? Bin ich gar nicht gewohnt. Gut, das sind mehr Gegner, aber ich bin berühren, das sind mehr Münzen, bring ich, ne? Oh, DMG ab. Den nehm ich gleich mit. Den nehm ich mit. Den würde ich haben. Das ist das Pop-Pop. Ah, okay. Ach, Mensch, was ist denn heute los? Das ist mir ganz schön aufgetroffen jetzt gerade. Mit diesem Run, ey. Was ist denn los? Okay. So, okay. Na komm. Ah! Okay. So und so und so. Ich schaue uns gerade sehr auffällig überall um, ich weiß. So, ein Herz. Das ist doch super. Nein. Danke. Verzicht da. Wobei hier könnte ein... Ist kein Geheimgang. Okay. Es könnte höchstens einer hier sein. Gut, dann nicht. Nochmal rate ich nicht. Nein. So, so, so und so und so und so und so. Na komm. So, dich will ich nicht, habe ich gesagt. Okay, hier ist nix. Nein, jetzt hab ich sie eingesammelt. Jetzt schau jetzt. Wenn man die Spinne einsammelt, dann hockt die da so auf deinem Kopf. Und dann kann ich dieses Pop-Pop-Pop-Pop nicht mehr einsammeln. Egal, jetzt hab ich sie wenigstens einmal in der Liste. Man muss sie ja einmal einsammeln, ne? Das kann ich euch noch einmal raten. Nee, da ist kein Geheimgang. Das ist echt keine Ahnung, wo ich noch raten soll. So, dann machen wir erstmal Goodie. Aua, 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 aua. Super, 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 super. Und ab ins Loch. Yeah. Ding, 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 ding. Sind wir jetzt nicht schon wieder bei... äh, Mamis Bein oder so? ... Oh. Wah, 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 wa. war ja komm wieder mal drauf für zier so was haben wir denn hier drin äh gotthead ok jetzt lasst wir ihn nicht ansaugen hier ist auch gemein so eine münze schon 33 münzen schon wieder vielleicht schaffe ich ja das mit den 55 münzen ja 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 Ein Kack-Item, das würde ich nicht haben. Das nehme ich jetzt auch nicht. Nein, das nehme ich jetzt nicht. Weil das Item bringt folgende Sache. Und zwar platziert es hier in der Mitte eine Möglichkeit, wo ich die ganze Zeit draufschießen kann. Und diese Möglichkeit ist für mich nicht lohnenswert. Jetzt kann ich die Gabel nicht mitnehmen, weil ich ja die Spinne auf dem Kopf habe. Oh, was ist denn hier los? Jetzt hat er gerade meinen Drucker im Notfall. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Okay. So, das haben wir jetzt gesehen. Was ist das? Was ist das? Ein Herz. Noch ein Herz. Ein halbes, aber leider nur. Mist. Hier könnte ein Geheimgang sein, muss aber nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Nein, hier ist keiner. Okay, es ist Brownie. Okay, Brownie. Was hast du denn? Kann ich euch noch ein Herz hergeben? Ja, komm. Friends to till the end. So, und ab ins Loch. Gut. Justice. Wow, wow, wow. Wow. Okay, jetzt fehlt uns ja bloß noch fünf Münzen. Dann fällt mir gerade so auf. Hier könnte ein Geheimgang sein, muss aber nicht. Hier ist auch einer, geil. Na toll. Ihr unlockt Cain, yay. Cain, Cain, Cain. Ich habe Cain geunlockt, yay. So. Schauen wir gleich mal hier lang, was hier ist. Ah, nein. Aufsichtsmaß teleportieren. Ah, dumm. Ein Schlüssel. Äh. So. Und so und so und so. Na toll, noch länger. So, was ist denn da alles drin? Ja, ja. Oh. Balls aufs Ziel. Pretty Fly. Geil. Halls up. Halls up. Speed up. Okay. Hm. Kriegen wir was interessantes? Na? Pretty Fly wahrscheinlich wieder. Genau, ja. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei. So, bis 15 Münzen spiele ich runter, aber weiter runter nicht. Den werde ich diesmal nicht nutzen. So, okay. Wo könnte jetzt denn der Geheimgang sein, oder der Boss? Hm. So, so und so und so und so. So. Na komm, komm. Na komm, komm. Oh, Mann. Äh, nehmen wir doch mal das hier mit. Scritch the room. Okay. Das kann ich auch mitnehmen und, ja. So, jetzt haben wir hier so ein Lichtlein. So, wenn ich damit die Gegner beleuchtet werde, dann ist langsamer noch. So, wo ist denn jetzt der Boss? Okay, Leute, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Äh, Resume. Oh, nein, ey. Au, au, au. Das ist ja das Wesen. Hey, cool. Mein Herz. Wer ist denn mit? So. Irgendwo muss noch der Boss sein. Aua. Ja, auf zum Boss. Mumme. Ja. 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 So, machen wir uns noch einen Ding mit ihm oder nicht? Ja, machen wir. Ihr Onlag Asuel. So, mit der Schaufel können wir noch eine Welt erscheinen lassen, wo wir auch reinspringen können. Wir nehmen sie aber nicht weiterhin mit, weil ich brauche das Herz eher. So, haha, sehr witzig. Ja, gut, alles klar. In diesen restlichen zwei Räumen gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr. Au. Die Schlüssel zu benutzen? So warte ich das gerade sagen? Was zum... Amaziana. Toll, ey. Da ist... Danke für das Herz. Oh, das ist... Oof. ZumSens, Monstro. oh Na, na, na. Komm. Na, komm. Danke. Oh, okay. Mist, ist das? Ah, nein. Oh, okay. Einen Schlüssel brauche ich nicht. Oh, okay. Okay. So. Oh Mann, ist das fies. So einen kleinen Raum mit ihm zu kämpfen, ey. Jetzt geht's um die Wurst. Wer ist da? Daddy Long Legs. Oh nein. Papier ab. Ich glaube nicht, dass du mir noch was Sinnvolles geben kannst. Tschüssi. Okay. Dann ab, runter mit uns. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Mamis jetzt noch schaffe. Oh mein Gott. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Gut. Jetzt wird's echt schwierig werden für mich. Boah, was ist denn jetzt? Jetzt hab ich den schnell ausgemacht, mein Drucker. Deswegen war jetzt grad nix los hier. Challenge Raum brauche ich nicht unbedingt. Danke. Hilfe. So. Okay. Jetzt hier durch. Oh Mann. So. Fliegen. Oh geil. Fliegen. Oh nein. Herz auf. So. Haben wir irgendwo ein Herz rumliegen? Ja, hier. Aber nur ein halbes. Äh. Was ist denn da drin? Herzen. Okay, jetzt hab ich das, dass ich's nicht schaffe. Uh, wird knapp. Mamis Herz. Oh mein Gott, jetzt hab ich's nicht in hier. Oh. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Oh. Ist gut. Oh. Ich kann's nicht fassen, ich hab's geschafft. Was will denn jetzt der Teufel von mir? Also stimmt ja, ich könnte jetzt in die Hölle gehen. Aber nein, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hin. Danke. Obwohl, könnten wir's probieren. Nee, es wird zu knapp. Es wird eng. Es wird arg eng. Wir geben uns mit Mami zufrieden. Ja, das ist Eden. Yeah. Ja, das ist Eden. Ihr unlockt Eden. Gut, jetzt sieht das Ganze natürlich so aus. Jetzt sieht das Teil so aus. Und dann würde ich sagen, wir machen hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020